Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 255. Mal bei Hoaxhörer, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es gemerkt haben. Im Juni gab es nur eine Folge, dafür sind drei Folgen im Juli geplant. Warum kündigen wir das immer an? Wir wissen, dass ihr meistens halt sagt, ist ja egal, hauptsache es kommt was Neues von euch. Wir kündigen das an, weil bei Patreon in diesem Unterstützungsnetzwerk uns die Hörerinnen und Hörer pro Folge einen Unterstützungsbeitrag zahlen. Und wenn wir mit den Folgen was verändern, dann bedeutet das, dass die Patreons unterschiedlich viel Geld im Monat abrechnen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Monat drei Folgen veröffentlichen, wird halt dreimal dieser Betrag abgerechnet. Im Grunde genommen sind wir halt am überlegen, ob wir das irgendwann mal auf monatlich umstellen. Aber dann müssten die Patreons eigentlich alle, wenn sie nett sind, ihren Betrag verdoppeln, damit wir finanziell, ne. Das ist der Grund, warum wir darüber reden. Wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Deswegen die Ankündigung. Genau, aber wir wollen auch gar nicht länger hier über diese Formalia sprechen. Vielleicht noch eine Anmerkung, eine Richtigstellung zur letzten Folge. Das passiert mir immer wieder und das darf ich nicht machen. Und ich habe mich darauf hingewiesen, das ist auch gut so. Nämlich, dass ich vom russischen Raumfahrtprogramm gesprochen habe, das 1985 aber noch nicht das russische Raumfahrtprogramm war, sondern das Raumfahrtprogramm der Sowjetunion oder das sowjetische Raumfahrtprogramm. Weil Russland hat damals sozusagen als Staat noch gar nicht existiert. Und deswegen vielen Dank für die Hinweise. Ich gelobe Besserung. Und wenn wir demnächst mal wieder was aus dem Kalten Krieg oder aus der Raumfahrt machen aus dieser Zeit, dann werde ich mich bemühen, dann immer vom sowjetischen Raumfahrtprogramm zu sprechen, damit wir hier keine falschen Informationen verbreiten. Also vielen Dank für alle, die das kommentiert haben. Und damit sei es dann mal richtig gestellt. Und jetzt zur Story. In der heutigen Story geht es um Kreuzfahrten. Es gab mal eine Zeit, da waren Kreuzfahrten, was richtig toll ist. Kann man sich jetzt so in der Pandemie, nach allem, was so in den letzten Monaten passiert ist, auch nicht mehr so richtig vorstellen. Aber es gab mal diese Zeit. Wenn man Wasser mag. Wenn man Wasser mag. Also in meinem Fall wäre es ohnehin so draußen auf dem offenen Meer. Lassen wir das. Egal. Aber für die Passagiere, der, ich muss jetzt gerade eben nachgucken, der Lady of the Pacific, einem Kreuzfahrtschiff, was einmal vor der Küste von Hawaii kreuzte, oder wie auch immer man das sagt, war die Reise, ja, auf Deutsch gesagt, ziemlich beschissen an einem bestimmten Punkt. Als sie nämlich eines Tages an Deck waren, fiel aus dem Himmel wie aus dem Nichts das sogenannte blaue Eis und zwar in Massen. Blaues Eis, das ist benannt nach einer Mischung aus so einer blauen chemischen Toilettenflüssigkeit und menschlichen Exkrementen. Und dieses ganze Zeug, was dann innerhalb weniger kurzer Zeit das gesamte Deck bedeckte, war oder stammte von einem Flugzeug, einer Fluglinie, die in Taiwan ansässig war. Das heißt also, dieses Flugzeug war sozusagen über dieses Kreuzfahrtschiff drüber geflogen und hatte dann mitten im Flug erstmal ordentlich Toilettenflüssigkeit verloren, abgelassen, wie auch immer. Das heißt also, der ganze Mist ist dann auf diese Kreuzfahrtpassagiere an Deck gekracht. Das war natürlich eine ziemlich unschöne Geschichte. Und man kann jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass sie falsch ist. Das erfahren wir dann am Ende. Aber wie war denn das? Machen das Flug... Naja gut, okay, erfahren wir am Ende der Episode dann, wie die Auflösung ist. Thema der Woche Heute wollen wir uns ja mit dem Geisterschiff überhaupt beschäftigen. Es gibt eine ganze Reihe von Geisterschiffen in der Literatur, aber natürlich auch in der realen Historie der Seefahrt. Da gibt es sehr, sehr verrückte Geschichten. Und wir haben uns überlegt, heute in dieser Episode mal das Geisterschiff herauszugreifen, was vermutlich jetzt das bekannteste Geisterschiff der Geschichte gilt. Genau, und das sogar bei Dr. Hu mal eine Rolle gespielt hat. Unter anderem und auch Sir Arthur Conan Doyle hat diesem Schiff eine Geschichte gewidmet, die ganz furchtbar ist. Und gerade auch vor der Black Lives Matter Geschichte, also irgendwelche bösen Ureinwohner, die da ganz schlimme Dinge mit den europäischen Reisenden machen, würde man heute nicht mehr schreiben. Aber... Ich glaube, er hat sich dann hinterher auch nicht mehr so toll gefühlt mit der Geschichte. Also es war jetzt nicht gerade sein liebstes eigenes Werk. Die aber im Grunde genommen ein Stück weit dazu geführt hat, dass das Schiff bis heute auch bekannt ist oder so eine gewisse Phase der Vergessenheit mit dieser Geschichte überwunden wurde. Worum geht es? Der eine oder andere hat natürlich den Titel der Folge schon gelesen und weiß es schon. Es geht um die Marie Celeste. Und die Marie Celeste ist tatsächlich ein Schiff des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und wir wollen heute uns fokussieren auf die Ereignisse, die sich gegen Ende des Jahres 1872 ereignet haben und stattgefunden haben. Und die bis heute ja eigentlich ein ungelöstes Rätsel sind. Und wir wollen hier ein, zwei, sagen wir mal, sehr nachvollziehbare Hypothesen vielleicht darstellen, was da passiert sein könnte. Aber auch noch eine ganze Reihe von verrückten Geschichten rund um dieses Schiff vielleicht auch erwähnen. Aber vielleicht sollten wir zunächst mal erzählen, was denn da passiert ist Ende des Jahres 1872, Alexa. Genau. Die Marie Celeste ist von New York aus losgesegelt Richtung Genua mit einer Ladung bestehend aus Industriealkohol an Bord. Also Alkohol, der so per se erstmal nicht trinkbar ist, den man zwar dann in Italien verwenden wollte, um Weine auszubauen. Also recht günstige Weine, aber erstmal so per se nicht genießbar. Also sie sind losgesegelt und das Besondere an dieser Fahrt war, zumindest für den Käpt'n, dass seine Familie mit an Bord war. Das heißt also, sie hatten den Käpt'n, sieben Männer Crew und dann eben die Ehefrau und die zweijährige Tochter des Käpt'n Briggs. Ja, die Mutter hat noch schnell vor der Losfahrt ihren Sohn sozusagen wissen lassen, dass sie alles aufschreiben würde, was ihr so begegnet an interessanten Dingen, weil man natürlich auch beschreiben wollte, was auf der Überfahrt so passiert. Der junge Arthur ist zu Hause geblieben aus schulischen Gründen, aber die kleine Tochter der Familie, wie gesagt, war mit dabei. Naja, und dann ist man halt losgesegelt. Genau, Benjamin Briggs, so der Kapitän mit ganzem Namen, hatte sich eingekauft, also ihm gehörte ein Teil des Schiffes der Marie Celeste und im Grunde genommen war er aber schon auf einem Weg, sich als Kapitän zur Ruhe zu setzen. Also er wollte gar nicht mehr so viele Fahrten machen, sondern hatte gedacht, jetzt noch ein, zwei Überfahrten, er war schon ganz vermögend und dann würde er sich mit seiner Frau und den beiden Kindern zur Ruhe setzen. Das war der Plan und vermutlich auch einer der Gründe, warum er jetzt schon seine Frau mit dabei haben wollte, um sozusagen sich schon vorzubereiten, darauf beieinander zu sein. Sehleute zur damaligen Zeit waren ja immer unfassbar lange unterwegs und getrennt von den Familien. Ja genau, es war auch nicht das erste Mal, dass die Familie mit an Bord war, aber es war schon im Grunde etwas Besonderes, also es war halt nicht immer der Fall. Genau, wir springen jetzt mal ein bisschen weiter, also die Marie Celeste segelte also Richtung Genua los. Am 7. November war das? Legte sie ab und was man weiß ist, dass es extrem stürmische See gab auf dem Weg zwischen New York und Genua im Jahr 1872, also da war das Wetter nicht angenehm und die Marie Celeste muss durch mehrere Stürme durchgegangen sein. Das weiß man natürlich, weil zu dem damaligen Zeitpunkt es einen Regenseeverkehr zwischen der alten und der neuen Welt natürlich gegeben hat. New York war ein unfassbarer Warenumschlagplatz, also das, was der Frankfurter Flughafen heute für Europa im Grunde genommen ist, war New York für den nordamerikanischen Kontinent. So muss man sich das wirklich vorstellen und wir haben hier auch übrigens mal so als Randbemerkung die Zeit, in der die Holzseefahrt, also die Seefahrt mit hölzernen Schiffen zunehmend und gar nicht mehr langsam eigentlich von der Schifffahrt mit Stahl oder eben Metallschiffen abgelöst wurde, weil man festgestellt hat, dass die Metallschiffe deutlich haltbarer waren als die hölzernen Schiffe. Also wir haben ja, wenn wir die Kinofilme uns anschauen, immer das Gefühl, so ein hölzernes Schiff hält ewig. Dem war nicht so, die waren extrem pflegebedürftig, sag ich mal, mussten ständig repariert und saniert werden. Naja und eigentlich so nach 10, 15 Jahren auch mehr oder weniger durch. Ja, also den Ansprüchen der See, danach war es dann eben vorbei, gerade bei diesen Atlantiküberquerungen. Also nur so, um euch das zeitlich einzuordnen und wir wissen also das Unwetter auf der Strecke von den Schiffen, die parallel zur Marie Celeste eben unterwegs waren und daher wissen wir, dass die Überfahrt sehr unruhig gewesen sein muss. Jetzt spulen wir noch ein bisschen vor und zeroing jetzt so ein bisschen in so auf ein bestimmtes Datum, nämlich auf den 4. Dezember 1872. Für alle, die es interessiert, es war ein Mittwoch. Und hier sieht Kapitän Moorhaus, der Kapitän des Schiffes namens De Grazia, ein Schiff. Wir befinden uns so ziemlich mittig zwischen den Azoren und der Küste Portugals. Wir haben also die Azoren hinter uns schon gebracht, also mehr so rechts an Europa dran, wenn man die Weltkarte guckt, für alle, die es mit Ost und West nicht so haben. Und wenn man andere Schiffe gesehen hat auf hoher See, dann hat man natürlich auch versucht zu grüßen oder Signale zu senden. Vor allen Dingen, der Witz war, dass Moorhaus, als er dann erkannt hat, wen er da vor sich hat, sich wahnsinnig gewundert hat, weil er nämlich eine Woche nach der Marie Celeste losgesegelt ist und die hätte eigentlich schon längst da sein müssen. Genau. Und ja, man hat dann versucht, Signale zu senden. Da gab es aber keine Reaktion. Und dann hat man auch geschaut und hat irgendwie das Gefühl gehabt, sieht ein bisschen komisch aus von den Segeln, wie sie gesetzt waren. Und man hat keine Besatzung an Bord der Marie Celeste gesehen, sondern das Schiff machte fast den Eindruck, als ob es einfach nur treiben würde. Verhielt sich auch entsprechend. Also das Ganze kam der Besatzung der Dei Grazia sehr schnell merkwürdig vor. Und dann hat man natürlich beschlossen, jemanden rüber zu schicken, um nach dem Rechten zu sehen. Genau. Und zwar den ersten Maat, John Wright und einen weiteren Seemann namens De Vaux. Die wurden rüber geschickt. Und als sie sich dann mit dem kleinen Boot der Marie Celeste näherten, entdeckten sie, dass an Bord der Marie Celeste kein Rettungsboot mehr sich befand. Sie entdeckten vor allen Dingen zunehmend dann auch die Bestätigung, dass es sich wirklich um die Marie Celeste gehandelt hat, weil sie den Namen am Rumpf lesen konnten. Und sie sahen, dass die Segel zum Teil nicht gehisst waren und zum Teil aber auch beschädigt waren. Und es schien niemand an Bord des Schiffes zu sein. All das bekamen sie mit, als sie sich dem Schiff genähert haben. Natürlich haben die beiden sich dann noch genauer umgesehen und einige interessante Details auch festgestellt. Zum einen haben sie gesehen, dass man wohl so ein improvisiertes Stück, um das Wasser im Rumpf zu messen, da auf Deck hatte liegen lassen. Eine der beiden Pumpen an Bord. Nachdem sie an Bord gegangen sind. Genau. Also sind sie dann an Bord gegangen? Ja, Entschuldigung, genau, das habe ich übersprungen. Genau, da haben sie halt eine der beiden Pumpen gesehen, die auseinandergenommen worden waren. Und dann haben sie sich natürlich auch unter Deck angeguckt. Also es waren zwei Luken offen. Die Hauptluke zur Ladung war verschlossen. Unter Deck, so wird es immer beschrieben, herrschte ein nasses Durcheinander. Also es war schon so, dass die Habseligkeiten noch an Bord gewesen sind, aber es war alles nass geworden. Und man stellte relativ schnell fest, dass die Mary Celeste noch ihren Proviant an Bord hatte. Also so schnell abgeschätzt, noch für circa, was steht da immer, sechs Monate. Ungefähr. Also man hätte durchaus noch, ja, ausreichend Proviant an Bord gehabt. Was fehlte waren, es waren keine sechs Tanten an Bord. Der Kompass schien beschädigt zu sein, weil das Glas kaputt gegangen ist und der war nicht in Ordnung. Und was fehlte war, das Schiffskronometer. Also die Längenuhr. Die Längenuhr. Die Längenuhr, genau. Also zur damaligen Zeit, um die Position zu bestimmen, war es notwendig, eine gut funktionierende Uhr an Bord zu haben, damit man die Uhrzeit bestimmen konnte, weil man dann mithilfe der Uhrzeit und dem Sonnenstand die Positionen bestimmen konnte und einem sechs Tanten. Oder auch mehrere. Oder auch idealerweise natürlich mehrere Chronometer an Bord zu haben, weil man sicherstellen wollte, dass man eben sich nicht vernavigierte. Aber es war eben kein Chronometer mehr an Bord. Und es war auch keine sechs Tanten zu finden. Und es wirkte so, als ob die Mannschaft das Schiff im Grunde genommen verlassen hat, aber nicht so, als ob sie es für immer verlassen hätte, weil eben Proviant auch noch so viel an Bord war. Das auf der anderen Seite gab es natürlich auch Hinweise auf ein geordnetes Verlassen des Schiffs, denn das Beiboot, das zwischen den Masten normalerweise aufgehängt worden wäre, fehlte. Und an entsprechender Stelle war auch die Reling sozusagen gesenkt worden. Das heißt, man konnte schon sehen, dass die Besatzung der Mary Celeste mit diesem Beiboot ganz normal das Schiff verlassen hatte. Die große Frage war halt wirklich, warum und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Mary Celeste noch als seetüchtig erschien. Und man hat ein großes, schweres Seil über Bord hängen sehen, was sozusagen im Wasser auch schwamm. Das hat man auch noch festgestellt. Es war jetzt also die Frage, was macht man? Und zur damaligen Zeit muss man wissen, wenn man so ein Schiff aufgefunden hatte, gab es die Option, dieses Schiff an Land zu bringen, also in den nächsten Hafen zu bringen. Und wenn dann festgestellt wurde, warum auch immer, dass man dieses Schiff eben nicht überfallen hat, als Pirat sozusagen, sondern aufgefunden hat, konnte man eine Belohnung bekommen, weil die Schiffe ja auch versichert waren, beziehungsweise der Profit, der mit der Ladung gemacht worden wäre, wäre ja sonst verloren gegangen. Und eine Crew, die so ein Schiff rettet. Das ist so eine Art Finderlohn für die Bergung. Genau, also hätten sie wohl bekommen vor Gericht. Und so haben sie auch kalkuliert. Auf der anderen Seite ist die Besatzung der Diograzia auch ein gewisses Risiko eingegangen. Die waren nämlich selber zu acht. Und der Käpt'n der Diograzia, Morehouse, hat also beschlossen, vier Leute abzustellen, um die Mary Celeste weiter zu segeln. Das hatte man dann eben festgestellt, dass das möglich wäre. Und so wollte man dann halt mit beiden Schiffen mit jeweils einer vierköpfigen Besatzung nach Gibraltar segeln. Genau, also das war relativ schwierig. Es gelang, das können wir glaube ich abkürzen. Aber es war unter großen Mühen nur möglich, das zu tun, weil die Besatzungen natürlich viel zu klein sind. Ich persönlich war ein bisschen überrascht, dass im Grunde genommen sowieso Atlantiküberquerung mit acht Mann Crew, wie jetzt bei der Diograzia oder im Grunde genommen mit sieben Mann Crew und einem Kapitän bei der Mary Celeste stattgefunden haben. Aber so groß waren die Crews nicht, wenn wir uns die alten Piratenfilme anschauen. Die natürlich alle nicht stimmen, aber da wirkt die Besatzung natürlich immer viel, viel zahlreicher auf diesen Schiffen. Genau, wenn ich mich richtig erinnere und ich habe echt überhaupt keine Ahnung davon, ist die Mary Celeste eine Brigantine gewesen und die Diograzia eine Bark. Also ich hatte mich ob der Mannschaftsgröße auch ein bisschen gewundert. Er erklärt, warum früher bei dem alten Computerspiel Pirates, wenn das nur einer kennt, die Crew irgendwann unglücklich war, wenn man 300 Leute auf dem Park verfrachtet hat. Das habe ich immer gemacht, weil ich gedacht habe, da habe ich möglichst viele Piraten zum Kämpfen, dann wurden die immer ganz unglücklich und haben gemäutert. Das könnte es erklären. Kleiner Ausflug in die Computerspielgeschichte von Anno Tuck. Gut, das Schiff, also beide Schiffe erreichten Portugal. Das war wirklich dann eine Meisterleistung im Grunde genommen, diese beiden Schiffe zu retten. Und dann begann ja nicht so ein wirklicher Prozess, aber eine Prüfung durch die Mineralität, was denn da jetzt vorgefallen wäre. Genau, weil so ganz so stehen lassen kann man das natürlich auch nicht. Denn auch diese ganze Geschichte mit Handelsbeziehungen und Bergungsverträgen und Bergungsverhandlungen und so, das war alles schon formal recht aufwendig und musste natürlich auch alles seine Richtigkeit haben. Das heißt, die Mannschaft konnte jetzt nicht einfach im nächsten Hafen sagen, so haben wir gefunden, wir möchten jetzt bitte auch entsprechend das Geld haben, sondern das musste natürlich alles nochmal überprüft werden. Jetzt habe ich gerade Quatsch erzählt. Sie haben Gibraltar angesegelt und das gehörte, jetzt weiß ich gar nicht, damals. Ne, es ist unter Beanspruchung von Spanien, nicht von Portugal. Das nochmal für all diejenigen, die das interessiert. Also sie haben nicht Portugal angesegelt, sondern Gibraltar an der Stelle. Ja genau, du hast gesagt, das ist also alles nicht so einfach mit diesem Finderlohn. Und dann gab es eine Person, die sich ja so ein bisschen hervorgetan hat in diesen ganzen Ermittlungen. Genau. Wir haben ja jetzt im Podcast schon öfter mal von vorgefassten Meinungen und Grundannahmen und so weiter gesprochen, die einem bei solchen Ermittlungen auch mal im Weg sein können und auch in der Wissenschaft sehr im Weg sein können. Und der Gerichtsoffizier der Admiralität, Frederick Solly Flood, der also diese Verhandlung leiten sollte für den obersten Richter Sir James Cochran, der hat im Prinzip sofort ein Verbrechen gewittert. Also er hat da quasi einen Blick auf die Situation geworfen und hat sofort gedacht, nee, so wie das jetzt irgendwie hier sich darstellt und auch das, was die Mannschaft der Deo Grazia berichtet, da muss irgendwas faul sein. Ja und zwar im Grunde genommen hat er den Verdacht gehabt, dass die Deo Grazia, die Mary Celeste ja im Prinzip überfallen hat, die Crew hat verschwinden lassen und jetzt dann einfach die Kohle für diese Fracht einsacken wollte. Das war seine stehende Hypothese und er hat diese Verhandlung oder diese Ermittlung dann auch sehr in die Länge gezogen und er hatte dann zum Beispiel den Verdacht zwischendrin auch mal geäußert. Also da kommen wir schon zu verschiedenen Hypothesen, was also alles passiert hätte sein können an Bord und das führte sogar dazu, dass Murhaus irgendwann gezwungen war, weil er weiterarbeiten musste, Gibraltar zu verlassen, weil der einfach als Kapitän und quasi auch als Kapitäne zur damaligen Zeit waren immer so eine Mischung aus Unternehmer und eben auch Kapitäne abreisen musste. Der hat dann Teile seiner Crew dagelassen in Gibraltar und hat gesagt, ich muss jetzt aber wieder los. Das wiederum hat Floyd ihm sehr, sehr negativ ausgelegt und hat gesagt, der flieht ja schon quasi, bevor die Ermittlungen zu Ende sind. Man hat aber am Ende in diesem Ermittlungsprozess, um es mal so zu formulieren, kein Fault Play identifizieren können. Nee, also da, das war wirklich, also die haben versucht, da echt eine Räuberpistole draus zu machen. Es ist eine Waffe, eine Klinge des Kapitäns noch an Bord der Marie Celeste gefunden. Im Heft? Genau, und man hat da so rötliche Flecken gesehen an der Klinge und dann hat Sully Flood gemutmaßt, dass es sich da um Blut gehandelt haben könnte. Man hat noch einen Taucher engagiert, der so Beschädigungen unterhalb der Wasserlinie festgestellt hat und zwar an beiden Seiten des Rumpfs. Längliche, längliche Beschädigungen. Längliche Beschädigungen und hat also wirklich sich da so einen Fall zusammengebastelt. Dummerweise hat sich zum Beispiel bei diesen rötlichen Flecken an der Klinge herausgestellt, dass es sich einfach um Rost gehandelt hat und nicht um Blut. Also dieser ganze Fall, den er da irgendwie zusammengebaut hat, der hatte wirklich nicht so Hand und Fuß. Letzten Endes musste man dann aber auch irgendwie mal zu einem Schluss kommen und es ist dann auch tatsächlich eine Summe ausgezahlt worden. Also ein gewisser Anteil für die Bergung an die Mannschaft der Diograzia. Aber der war wesentlich geringer, als er eigentlich hätte sein sollen. Genau, also man hat ihnen nur einen Bruchteil des Geldes gezahlt. Die Crew rund um Kapitän Moorhaus war auch entsprechend enttäuscht, weil sie ja, wir erinnern uns, ja wirklich auch viel riskiert haben, um dieses Schiff zu retten. Vielleicht sollten wir zwischendurch noch erwähnen, dass sogar Winchester, also der Inhaber sozusagen, der Mary Celeste noch nach Gibraltar gekommen ist. Und was man ihm dann auch noch unterstellt hat, war, dass er sozusagen in einer Verschwörung mitbeteiligt gewesen wäre, um halt diese Versicherungssumme zu kassieren. Und es wurde noch irgendwie zwischendurch mal unterstellt, dass Moorhaus und Briggs, also die beiden Kapitäne, sich gekannt hätten und zusammen sich sozusagen verschworen hätten. Also das war auch noch irgendwie so eine Möglichkeit, die man in Betracht gezogen hat. Oder dass Winchester absichtlich eine Besatzung angeheuert hat, von der klar war, dass sie dann Briggs umbringen würde. Also es war wirklich all over the place. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt wo du sagst, ob der Moorhaus Gibraltar dann wieder verlassen hat oder ob es Winchester war, der zwischendurch Gibraltar verlassen hat. Wir verlinken euch nochmal ganz, ganz viele Quellen, weil das ist so verwochen, die Geschichte. Also irgendwer musste dann wieder abreisen, das wurde ihm negativ ausgelegt. Das könnt ihr dann gerne nochmal im Detail nachlesen. Aber ja, Ende vom Lied. Man konnte nichts feststellen. Flood war auch irgendwie relativ angenervt davon, dass seine Hypothese, die er aufgestellt hatte, sich nicht erfüllt hat. Er wird beschrieben als jemand, der ungern Unrecht gehabt hat, so berichten Zeitzeugen über ihn. Und es wird halt auch gemutmaßt, dass sein Einfluss eben auch der Grund war, warum eben so ein geringer, ja in Anführungsstrichen Finderlohn dann an die Crew der De Grazia gezahlt wurde. Und was natürlich wirklich auch damit einhergeht und auch für die Mannschaft richtig blöd war, war, dass halt wirklich so ein Restverdacht nie ausgeräumt wurde. Das heißt also, wenn dann immer so ein leichter Verdacht an dir kleben bleibt, du hättest mal einer Mannschaft eines anderen Schiffes übel mitgespielt. Das ist natürlich auch für den Beruf dann richtig kacke. Genau, sowas spricht sich auch scheinbar rum, denn es gibt, jetzt fangen wir mal an, uns nochmal darum zu kümmern, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Da geht es dann auch schon sehr in die persönlichen Historien der einzelnen Besatzungsmitglieder zum Teil, über die wir dann auch reden wollen. Und ja, das hat sich natürlich dann auch damals quasi die Gemeinde, die das interessiert, die Seefahrergemeinde alles angeschaut. Das heißt, wenn da der Verdacht aufgekommen wäre, die Gerüchteküche hat da offentlich sehr gut gebrodelt, was die Seeleute angeht. Ja, wir können uns ja vielleicht, was die möglichen Erklärungsursachen angeht, so ein bisschen von den Fantastereien hin zu etwas plausibleren Erklärungen durcharbeiten. Und wenn wir da mit den fantastischen Geschichten anfangen, dann müssen wir natürlich auch so die Rezeption der Zeit und der Jahre danach uns angucken, weil nämlich natürlich auch die Zeitungen berichtet haben, 1884 Sir Arthur Conan Doyle unter einem Pseudonym seine Geschichte veröffentlicht hat. Und in den Zeitungen, in den Berichten und in dieser Geschichte sind die Details auch teilweise so aufgebauscht, da steht dann noch das unberührte Essen auf dem Tisch, der Teekessel kocht quasi noch auf dem Herd. Manchmal segelt das Schiff also ohne Besatzung auch in den Hafen von Gibraltar selbstständig hinein. Und das Ganze wird also relativ schnell zu einer absoluten Sensationsmeldung. Und viele von diesen Details, gerade was dieses Das Essen steht auf dem Tisch betrifft, sind das alles Dinge, die uns bis heute sozusagen in der Popkultur noch beeinflusst haben. Und das sind nämlich so diese ganzen Details, die in den heutigen Verwurstungen dieser Story eine Rolle spielen. Genau, also vielleicht eine der fantastischsten Geschichten ist das Seeungeheuer. Also ein riesiger Kraken, der das Schiff attackiert hat und dann aber nicht das Schiff zerstört hat, sondern im Grunde genommen nur die Crew von Bord gezerrt hat und dann aber abgelassen hat vom Schiff. Das war so eine Geschichte, die erzählt wurde. Und wir kennen ja diese alten Abbildungen von Kraken, von Riesenkraken, die sich an Schiffen dranhängen. Wir wissen heute, dass es ja den Architeuts Dux gibt, der aber im Grunde genommen anders aussieht, als die Riesenkragen auf den Abbildungen und auch eher in der Tiefsee unterwegs ist. Dieser große Kalmar im Grunde genommen ja als eine Unterart. Also das war eine Hypothese, die gerne erzählt wurde. Eine weitere Geschichte, die erzählt wurde, war die einer Wasserhose. Da musst du ja auch erstmal nachschauen in den englischen Texten, die wir gelesen haben, was damit gemeint ist. Also wir kennen alle eine Windhose, so heißen die bei uns. In den Vereinigten Staaten sind es Tornados. Und wenn sich so eine Windhose oder ein Tornado über Wasser bildet, dann spricht man eben von einer Wasserhose. War mir auch noch neu, dass es dafür Unterscheidungen gibt. Und hier war eben die Idee, dass so eine Wasserhose, die Marie Celeste betroffen hat und dass das dazu geführt hat, dass entweder die Crew von Bord gegangen ist, weil sie Angst hatte, das Schiff sinkt oder aber in den etwas sehr überspitzten Geschichten quasi diese Wasserhose, also dieser Tornado, die Besatzung von Bord einfach runtergesaugt hat und dann irgendwie sie dann irgendwann wieder ausgespuckt hat. Und auch das so eine der etwas abstruseren Theorien, was passiert sein soll. Neben den Geschichten, die fast noch zeitgenössisch sind und sich auch in den Zeitungen abspielen, von angeblichen Überlebenden und blinden Passagieren, die dann irgendwie berichten und beschreiben, dass die Mannschaft und die Familie über Bord gefallen wären, als sie einem Schwimmwettbewerb auf einer künstlichen Insel irgendwie zugeschaut hätten. Also von denen kann man schon fast absehen, von diesen Geschichten. Darüber hinaus darf natürlich auch das beim Judadreieck nicht fehlen. Und schön ist immer, wenn man darüber liest, dass das so als mögliche Erklärung herangezogen wird, dass die Mary Celeste so ein typisches Opfer des Bermuda-Dreiecks ist, dann wird das nicht damit abgetan, dass das Bermuda-Dreieck und die Phänomene dort sehr, sehr umstritten sind, sondern es heißt immer, nee, die war ja gar nicht in der Nähe. Das stimmt zwar, aber das wäre jetzt nicht der Grund für mich zu sagen, das ist wohl eher unwahrscheinlicher, als dass es als Erklärung dienen könnte. Ja, eine Geschichte, die dann schon ein wenig realistischer wird und insofern ganz spannend ist, weil sie einen Bezug nach Deutschland dann auch hat, um nicht zu sagen nach Nordfriesland sogar, ist die Tatsache, dass einige der Seeleute an Bord der Mary Celeste Amrumer Seeleute waren. Ja, für und Amrum, genau, ja. Und hier wird die Idee verbreitet, dass man keinerlei private Gegenstände dieser deutschen Seeleute an Bord der Mary Celeste gefunden hat. Und was man vermutet ist, dass hier die deutschen Seeleute … Die Lorenzen-Brüder. Genau, und glaube ich, ein Herr Martin war auch noch mit an Bord. Die sollen den Kapitän ermordet haben und sich seine Privatschatulle sozusagen unterm Nagel gerissen haben und dann mit dem Beiboot geflohen sein. Und als Erklärung, dass das eine realistische Hypothese ist, wurde angeführt, dass eben auch ihre ganzen privaten Sachen gar nicht zu finden waren an Bord der Mary Celeste. Hierzu, also das ist so eine der Theorien, die immer wieder zu finden ist und es gibt auch einige Filme sogar. Es gibt einen Film aus den 30er Jahren. Ja, mit Bela Lugosi. Als einem dieser deutschen Seeleute, also diese Geschichte ist sogar verfilmt worden. Es gibt Menschen, die glauben das, weil den Deutschen kann man sowieso alles zutrauen eventuell. Man muss hier allerdings sagen, dass die Seeleute sehr vermögend waren. Es waren sehr reiche Seeleute. Also im Grunde genommen gab es gar keine Notwendigkeit, sich zu bereichern. In ihrer Heimat waren sie verheiratet, zum Teil hatten Häuser gerade gekauft und bezahlt von ihrem Vermögen. Warum sie ohne private Gegenstände an Bord der Mary Celeste waren, hatte einen anderen Hintergrund, nämlich den, dass sie mit einem anderen Schiff schon einen Schiffbruch erlitten haben und in den Sturm geraten sind und dabei ihre privaten Utensilien verloren hatten. Und sie quasi in Amerika angekommen waren, in New York und im Grunde genommen nur zurück nach Deutschland oder nach Europa kommen wollten, gerade weil sie eben schlechte Erfahrungen hatten und angeheuert haben auf der Mary Celeste, um eben zurück nach Europa zu kommen. Das ist die Geschichte. Das heißt, es gab gar keine Notwendigkeit für diese drei deutschen Seeleute, sich zu bereichern oder einen Mord zu begehen gar. Und sie sind halt auch verschollen bis heute. Sie sind nicht mehr aufgetaucht in ihren jeweiligen Heimatorten. Insofern kann man eher davon ausgehen, dass es hier keine deutsche Verschwörung an Bord der Mary Celeste gegeben hat. Es wurde auch teilweise davon gesprochen, dass Briggs selber alle umgebracht hat in einem Anfall von religiösem Wahn, dass die Mannschaft sich betrunken hat mit diesem Alkohol, der an Bord war. Und tatsächlich gibt es da noch einen Detail, auf das wir gleich nochmal zurückkommen müssen. Aber da dieser Alkohol überhaupt nicht trinkbar war in der Form, fällt das eigentlich als Erklärung auch schon mal weg. Und auch genauso verhält es sich mit Piraterie extrem unwahrscheinlich. Denn die Wertsachen waren zum Teil noch an Bord. Die Ladung war größtenteils intakt und ja, das Ganze hat also auch nicht wirklich Hand und Fuß als Erklärung. Es war tatsächlich so, dass von diesen Fässern, die an Bord gewesen sind, einige leer gewesen sind. Unbeschädigt, aber leer. Neun Stück, glaube ich. Neun Stück, das ist jetzt auch nicht so wenig. Und man hat hinterher festgestellt, dass sie aus einem anderen Holz gemacht worden waren, als die, die noch intakt waren und auch noch die Ladung enthielten. Die waren nämlich aus amerikanischer weißer Eiche und die, die leer waren, waren aus Roteiche. Und das ist ein ganz interessantes Detail, denn das Holz verhält sich tatsächlich anders. Das Holz der Roteiche ist eigentlich nur für trockene Güter geeignet und nicht für Flüssigkeiten. Das ist nämlich porös im Gegensatz zu dem anderen Holz. Und insofern ist natürlich die Frage, warum die Besitzer der Mary Celeste das nicht bedacht haben und den Alkohol auch in diese ungeeigneten Fässer gefüllt haben. Also es gibt so Experimente, wo man dieses rote Eichenholz nimmt und wenn man da so ein bisschen Seifenschaum drauf reibt und dann an einer Seite in dieses Holzstück reinbläst, dann entstehen Blasen, weil das wirklich so porös ist. Und der Industriealkohol, der an Bord der Mary Celeste sich befunden hat, war durchaus geneigt, dann irgendwann zu verdunsten, wenn er mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Und die Tatsache, dass eben neun Fässer leer waren, führen eben zu der Idee, da haben die doch getrunken und dann sind sie eben durchgedreht vom Alkohol und haben sich alle untereinander umgebracht. Aber das wäre halt nicht gegangen, weil der einfach nicht vertragbar war. Neun Fässer ist jetzt auch nicht wenig. Jetzt nicht wenig und eben die Tatsache, dass es eben rote Eiche war, Red Oak, die genau dafür bekannt ist, spricht eher dafür, dass das wirklich einfach verdunstet ist. Aber es gibt eine andere Hypothese und da kommen wir schon jetzt fast so in den Bereich von den Hypothesen, die als realistisch angesehen werden. Brian Dudding beschreibt das im Skeptoid-Podcast ganz anschaulich und es scheint auch für ihn wahrscheinlich zu sein, dass das eine mögliche Erklärung ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Dass nämlich der Alkohol sozusagen aus diesen Fässern verdunstet ist, sich also Dämpfe an Bord gebildet haben und man diese Luken, die offen standen, auch deshalb geöffnet hat, um diese Dämpfe abzuführen, weil man nämlich Angst hatte, dass es eine Explosion oder ein Feuer geben könnte. Und Brian Dudding beschreibt dann also, dass die Mannschaft unter Umständen eben vor diesen missgeschicken Angst gehabt hätte und deswegen in der Jolle, also in diesem Beiboot, quasi sich abgesetzt hätte ein Stück, um sozusagen das Schiff wieder sicher zu machen und abzuwarten. Er beschreibt es so, als sei man eben nicht ganz sicher, könne man nicht wirklich ganz sicher belegen, ob die Mannschaft jetzt wirklich zurückkehren wollte oder ob sie das Schiff ganz verlassen wollten. Auf jeden Fall hätte man wohl versucht, mit dem stärksten Seil, das zu finden war, das Boot irgendwie zu sichern am Schiff. Das hätte aber nicht geklappt und deswegen hätte man irgendwann erkennen müssen, dass man nicht mehr zum Schiff zurückkehren kann. Und dann hätte also Briggs entschieden zu versuchen, weil wohl zum Glück sich das Ganze in der Nähe der Insel Santa Maria ereignet hätte, diese Insel zu erreichen im Beiboot und das hätte eben nicht geklappt. Und insofern hätte man niemanden der Besatzung und das Boot jemals wiedergesehen. Oder aber man wollte erstmal das Gas verdampfen lassen und gar nicht Santa Maria erreichen, sondern die Idee war, dass man das Beiboot anbindet und erstmal die Klappen aufmacht, diesen Beibootdampf abzulassen und dann wieder an Bord zu kommen und dann ist das Seil gerissen. Oder der Knoten war nicht fest genug, dass es auch so eine Hypothese, die Brian Dunning hat. Es hat tatsächlich 2006 ein Dr. Andreas Seller, ein Chemiker vom University College London, ein Experiment gemacht und hat versucht also diese mögliche Explosion, diese Verpuffung kann man fast sagen, von Alkoholdämpfen nachzustellen. Und er hat festgestellt, dass das tatsächlich auch für die Befunde, die man an Bord so hatte, sprechen könnte, denn man hat nirgendwo Nachweis eines Feuers gefunden jetzt unbedingt. Also es war dann keine Zerstörung irgendwie an Bord zu erkennen, aber laut diesem Experiment liegt es trotzdem durchaus im Bereich des Möglichen, dass so eine Verpuffung stattgefunden haben könnte. Für viele ist das die plausibelste Erklärung, was passiert sein soll, also eine Verkettung von unglücklichen Umständen und quasi die Idee von Captain Benjamin Briggs, die Familie und die Besatzung zunächst mal in Sicherheit zu bringen, damit es nicht zu einer Explosion kommt, die dann das ganze Schiff zerstört hat. Es gibt allerdings noch eine weitere Hypothese und wenn ihr jetzt mich fragt, und das ist natürlich eine Meinung, weil wir waren alle nicht dabei, wir werden es nie aufklären können, vermutlich, was passiert ist, auf dem man nichts lässt. Aber diese letzte Hypothese, die wir euch jetzt schildern, ist zumindest für uns am nachvollziehbarsten. Nämlich, und da kommen noch ein paar Fakten mehr hinzu, die wir bisher noch nicht erwähnt haben. Die Grundidee ist die folgende. Wir sind an Bord der Marie Celeste, die durch mehrere schwere Stürme gegangen ist. Und die Gefahr besteht ja immer wieder, dass ein Schiff Leck schlägt in solchen Stürmen. Wir haben erwähnt, dass die Taucher in Libra-Altar Beschädigungen am Rumpf festgestellt haben, so längere Rillen oder Linien. Und es ist festgestellt worden und auch nicht ungewöhnlich, dass tatsächlich so ein Schiff vom Salzwasser und von der Wucht des Wassers tatsächlich beschädigt werden kann, weil dann Holzsplitter rausgerissen werden aus den Planken, die an der Seite des Schiffs angebracht sind. Das heißt, das Meer selber hat eine zerstörerische Kraft in sich bei einer normalen Überfahrt oder bei einer stürmischen Überfahrt, die die Planken beschädigen kann. Und die Gefahr ist natürlich immer dann, dass das Schiff auch Leck schlägt und Wasser aufnimmt. Jetzt würde man sagen, ja, dann guckt man halt nach. Und Alexa hat ja auch schon gesagt, man hat in den Laderaum reingeschaut. Ist denn da Wasser drin oder nicht? Und da kommen wir jetzt zu einem großen Problem, was wir bei so einem Schiff, bei einer Brigantine wie der Marie Celeste haben. Da kann man nicht runtergehen, weil, um natürlich möglichst viel Profit mit so einer Überfahrt zu machen, ist tatsächlich der ganze Laderaum komplett voll mit großen Fässern, mit Alkohol, die da reingestapelt sind. Und im Fall der Marie Celeste war sozusagen zwei Etagen, also zwei Ladeböden voll mit diesen Fässern. Das heißt, wenn ich jetzt feststellen will, wie viel Wasser habe ich unten drin im Rumpf, kann ich das nur indirekt machen. Genau, und dazu hat man eigentlich auch diese Pumpenvorrichtung, weil die nämlich zum einen dazu dienen, tatsächlich festzustellen, wie viel Wasser sich angesammelt hat. Und zum anderen natürlich dazu, dieses Wasser abpumpen zu können. Und wir hatten ja eingangs erwähnt, dass eine von den beiden Pumpen defekt zu sein schien, die war auseinandergebaut. Und man hatte anscheinend trotzdem versucht, irgendwie festzustellen, wie viel Wasser sich angesammelt hatte. Und man hat dann hinterher tatsächlich festgestellt, dass so circa ein Meter sich angesammelt hatte, was aber jetzt nicht so gravierend war, dass man das Schiff nicht hätte segeln können. Und immerhin hat die Mannschaft der Deo Grazia ja tatsächlich die Marie Celeste bis nach Gibraltar gesegelt. So, und jetzt haben wir die Hypothese, dass eine Pumpe war ja zerlegt, auch das haben wir ja schon beschrieben. Die Pumpen und die Rückmeldung, die man von den Pumpen erhalten hat, Kapitän Benjamin Briggs, haben vermuten lassen, dass im Rumpf der Marie Celeste viel mehr Wasser ist, als tatsächlich vorhanden war. Das heißt hier die Erwartung, das Schiff ist kurz vorm Sinken, wir müssen das Schiff verlassen, damit wir nicht untergehen. Und das würde unter Umständen auch erklären, warum dann auch dieses Beiboot nicht mehr an einem Schiff angebunden war, weil das würde man dann natürlich nicht machen, weil man natürlich nicht mit dem Schiff nach unten gezogen werden möchte. Und Alex hat die Insel Santa Maria schon angeführt, das war das nächste Stück Land, was man sehen konnte. Und Santa Maria hat die Besonderheit, dass sie sehr hoch über dem Meeresspiegel sich erhebt, diese Insel, sodass man sich vermutlich sogar hätte sehen können noch. Das heißt, wenn ich denn vermute, mein Schiff geht unter und ich muss das Schiff verlassen, habe ein Rettungsboot an Bord, dann steuere ich halt das nächste Stück Land an, was ich noch sehen kann. Es ist immer die Frage, wann verlässt man das Schiff? Man möchte natürlich um Himmels Willen auch nicht zu früh die im wahrsten Sinne des Wortes Segel streichen, weil man am sichersten halt immer noch auf dem großen Schiff ist und nicht auf dem kleinen Beiboot. Also die Entscheidung ist sicherlich nicht leichtfertig zu treffen. Und dann ist halt die Frage, wo tut man das am besten? Und dann ist natürlich immer gut, wenn man Land in Sicht hat und das Gefühl hat, man könne es erreichen. Was wir hier jetzt gerade beschreiben, ist die mögliche Lösung, die eine Dokumentarfilmerin namens Anne McGregor vorgeschlagen hat. Die hat sich ab 2002 mit dem Thema beschäftigt und hat dann hinterher, also die hat eine Dokumentation gemacht, die ist 2007 meine ich erschienen, hat hinterher auch nochmal ein Buch geschrieben über das Thema. Und hat also wirklich so eine Hypothese nach der anderen, einige von denen, die wir gerade schon genannt haben, ausgeschlossen, bis sie halt eben zu dieser Lösungsmöglichkeit, die wir jetzt angehen wollen, gekommen ist. Und erstmal hat sie überhaupt festgestellt, das war nämlich auch noch so ein Knackpunkt, hätte das Schiff überhaupt ohne Mannschaft den Punkt, an dem die Deograzia sie angetroffen hat, erreichen können. Und wie wäre der Verlauf gewesen und tatsächlich hat McGregor anhand einer Datenbank mit sozusagen maritimen Daten, die wirklich über Jahrhunderte zurückgehen, feststellen können, dass die Wetter- und Strömungsverhältnisse so gewesen wären, dass dieser Verlauf, diese Reise sozusagen ohne Mannschaft tatsächlich so hätte stattfinden können. Das heißt, das passte schon. Sie hat allerdings auch festgestellt bei ihren Recherchen, dass die Längenuhr, die wir erwähnt haben, die Captain Briggs zur Verfügung hatte, wohl nicht ganz richtig funktioniert hat und er ungefähr 120 Kilometer westlich von der Position gewesen ist, die er eigentlich hätte erreichen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt also, er ist nicht so weit gekommen, wie er eigentlich hätte kommen müssen. Und das muss für ihn dann natürlich auch schon verwunderlich gewesen sein, wenn er nicht zu dem Zeitpunkt, wo er es eigentlich erwarten würde, tatsächlich Land zieht. Das ist schon mal ein Ereignis auf See, was natürlich extrem verunsichert. Und Alexa hat ja schon gesagt, normalerweise bei großen Schiffen war es so, dass nicht nur so eine Uhr an Bord war, sondern zum Teil bis zu vier Stück, damit man wirklich sicherstellen konnte, dass selbst wenn eine Uhr plötzlich kaputt geht oder die falsche Zeit ansagt und damit dann eben nicht mehr eine gute Positionsbestimmung möglich ist, man das trotzdem noch kann. Wenn die also jetzt an Bord gefehlt hat, dann war das vermutlich, weil man sie mit an Bord des Beibootes haben wollte, um im Beiboot auch die Position bestimmen zu können. So die Hypothese, die man haben kann. Jetzt müssen wir nochmal beschreiben, was denn dafür spricht, dass man sich so vertan haben konnte und warum diese Pumpe nicht so funktioniert hat. Und da kommt jetzt etwas hinzu, was in den ganzen Berichten nicht beachtet wird, nämlich die Vorgeschichte der Marie Celeste und zwar auch die unmittelbare Vorgeschichte der Marie Celeste. Wir müssen da so ein, zwei Punkte beschreiben. Nämlich der eine Punkt ist, man hat das Schiff drastisch vergrößert. Man hat quasi einen zweiten Ladeboden in das Schiff eingezogen, das Schiff nach oben hin vergrößert, damit man eben mehr Ladung transportieren konnte, um mehr Profit zu haben, um sozusagen aus diesem Schiff in seinen letzten Jahren noch das Maximum an Profit rauszuquetschen. Und was dabei wohl passiert ist und was auch nicht unüblich war, ist, dass so das, was an Holzarbeitsabfällen anfällt, also Sägespäne, Staub, alles was so vom Hobeln oder was auch immer kommt, fällt dann einfach in den Rumpf des Schiffes rein und wird da auch liegen gelassen. Und hinzu kommt zum Zweiten, dass die direkte Ladung, bevor die Marie Celeste in New York angelegen hat, Kohle war. Man hat also Kohle transportiert und Kohle hat halt Kohlenstaub auch natürlich, wenn man das Schiff entlädt und das Entladen ist dann auch nicht so gemacht worden, dass der Frachtraum komplett lupenrein gemacht wurde, sondern man hat das Schiff schnell entladen, weil man ja einen schnellen Turnover haben wollte und das Schiff sollte auch schnell wieder zurück. Das heißt, wir haben im Laderaum der Marie Celeste eine Mischung aus Kohlenstaub und Holzabfällen gehabt. Und dann kommt Wasser hinzu, genau, weil es nicht ungewöhnlich ist, dass ein Schiff bei einer Atlantiküberquerung Wasser annimmt, deswegen hat man ja auch die Pumpen, dass man es dann abpumpen kann und das ist ein normaler Prozess. Und jetzt hat die Autorin, die Alexa genannt hat, die Hypothese aufgestellt, dass die Mischung aus Kohlenstaub, Holzabfällen und Wasser so eine Art Klebstoff fast produziert hat, der dazu geführt hat, dass die Pumpen nicht mehr adäquat funktioniert haben und dass man den Verdacht haben musste wegen dieser Fehlfunktion, der ganze Rumpf ist voll mit Wasser. Denn man hatte ja durchaus schwere See schon hinter sich und das geht auch aus dem Logbuch oder beziehungsweise den Abschriften, die man noch hat, das Logbuch selber ist 1885 verloren gegangen, hervor, dass man eben auch tatsächlich kurz vor dem Verlassen noch in schwere See geraten war. Das heißt also, die Mary Celeste hat auf ihrer Reise bis dahin, bis zum Verlassen des Schiffes durchaus schon einiges mitgemacht gehabt und es war für Brixton unter all diesen Umständen sehr, sehr schwer festzustellen, wie groß der Schaden ist und wie der Zustand seines Schiffes ist. Und dann hat er wohl die folgenschwere Entscheidung getroffen, doch das Schiff zu verlassen, weil er eben ja befürchten musste, dass zu viel Wasser aufgenommen hat. Das heißt, man hat sich ins Boot begeben, hat versucht wohl die Insel Santa Maria zu erreichen und ist dann leider auf diesem Weg verloren gegangen. Also eine sehr, sehr tragische Geschichte und es ist auch wirklich nochmal ein Zeichen dafür, wie sehr man doch diesen ganzen Umständen ausgeliefert ist in der Schifffahrt. Und ich meine, selbst heute noch ist vieles nicht einfacher, aber selbst heute, also hätte ich einen heiden Respekt davor, irgendwie eine Schiffsreise zu machen, das ist generell überhaupt nicht mein Ding. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, auf einem Segelschiff unterwegs zu sein, in schwere See zu geraten und dann eben in die Situation zu kommen, zu überlegen, ja, verlasse ich jetzt irgendwie dieses große, hölzerne Schiff und steige in ein kleines, hölzernes Schiff und versuche da irgendwie mein Glück, eine Insel zu erreichen. Also keine Situation, in der ich sein möchte. Ja, alle, sagen wir mal, seriösen Hypothesen gehen eben davon aus, dass die Besatzung freiwillig das Schiff verlassen hat, so wie man das Schiff vorgefunden hat und so wie es die verlässlichen Quellen berichten. Außerirdische waren es übrigens auch nicht. Waren es wahrscheinlich auch nicht, ja, genau. Und dass die dann im kleinen Beiboot dann eben ein Opfer der See geworden sind und es eben nicht mehr bis an die Nordseite von Santa Maria geschafft haben, denn das ist die einzige Seite, wo man hätte anliegen können mit so einem kleinen Boot. Das ist nämlich so eine Steilküste, die Insel von Santa Maria. Also ich finde auch ohne Bermuda-Dreieck, Aliens und Riesenkraken diese Geschichte schon berührend genug und natürlich ist es besonders tragisch für den Sohn der Familie, der ohne Familie zurückgeblieben ist. Und tatsächlich hat diese Ann McGregor für die Dokumentation die Nachfahren von Arthur Briggs interviewt und da sind auch wirklich ganz, ganz spannende Details nochmal herausgekommen. Und also das ist eine Dokumentation, die ich jedem, weil es einfach auch von der Schifffahrtsgeschichte her sehr interessant ist, jedem empfehlen würde. Genau, wir werden das auf unserer Homepage hukusella.com auch verlinken. Die ist leider YouTube und zwischendrin hat die immer so Phasen, wo sie so zweimal oder dreimal so schnell läuft und man kriegt nicht jeden Satz mit. Aber ich glaube, zum Großen und Ganzen kann man dieser Doku, glaube ich, ganz gut folgen. Es gibt auch einen englischen Artikel, den wir auch noch mit dazu verlinken. Da sind noch ein paar Infos, die einem vielleicht in der Doku dann wegen der Tonprobleme durchgehen genannt und dann kann man das sozusagen nachholen. Genau und hier nochmal an der Stelle für alle, die uns irgendwo hören, Spotify oder was auch immer und dann immer sagen, wo sind denn diese ganzen Quellen? Hukusella.com, da findet ihr das alles. Vielleicht sollten wir noch sozusagen den Anfangspunkt und den Endpunkt der Geschichte der Marie Celeste zusätzlich der Vollständigkeit halber mit erwähnen. Also 1661 gebaut, damals noch unter dem Namen Amazon als britisches Schiff. Sie ist dann irgendwann amerikanisches Schiff geworden. Gebaut in Kanada. Gebaut in Kanada, genau. Und 1885 ist sie vor Haiti tatsächlich absichtlich gesunken worden und man hat tatsächlich versucht, es wird in manchen Quellen beschrieben mit einer Ladung von Gummistiefeln und Katzenfutter an Bord, also super billig alles, das Ganze als Versicherungsbetrug aufzuziehen. Das ist aber relativ schnell rausgekommen, weil die Marie Celeste nicht ganz gesunken ist, sondern nur so halb. Also man konnte diesen Versicherungsbetrug auf jeden Fall aufdecken und ja, außer Spesen nichts gewesen. Das ist natürlich irgendwie ein trauriges Schicksal. So ein ganz tragisches Ende für dieses Schiff, aber so war es dann am Ende. Ja, also so viel mal, ja, die Geschichte des wahrscheinlich spannendsten Geisterschiffes und bekanntesten Geisterschiffes, eben weil es alleine irgendwo zwischen den Azoren und der Küste Portugals aufgegriffen worden ist. Und wir werden euch sehr viele Quellen verlinken, allein der englischsprachige Wikipedia-Artikel ist einfach schon fast romanmäßig lesenswert und hoffen, dass wir euch damit ein wenig unterhalten haben. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal die Geschichte aufklären, Alexa, die du uns eingangs geschildert hast. Ja, die Geschichte mit den gefrorenen menschlichen Exkrementen, die an Deck eines Kreuzfahrtschiffes regnen, ist zum Glück nicht wahr. Ja, es handelt sich mal wieder um klassische, ja, fast schon satirisch angehauchte Fake News, hier verbreitet von World News Daily Report. Und auf dieser Seite ist es also nicht ganz so leicht zu ersehen im Disclaimer, dass sie das, was sie da schreiben, nicht ganz so ernst meinen. Also das sieht man wahrscheinlich erst so auf den zweiten Blick, aber immerhin, es ist eher so satirisch angehaucht und nicht wahr. Aber jetzt ist natürlich die Frage, machen das Flugzeuge überhaupt, dass sie eben dieses sogenannte Blue Ice herabregnen lassen, also dass sie das quasi in die Luft entsorgen? Und da muss man natürlich sagen, nein, die arbeiten so, dass sie eben diese ganzen Abfälle in einen Tank entweder absaugen oder sozusagen abspülen. Und also absichtlich wird kein Flugzeug diesen Tank irgendwie entleeren und blaues Eis herabregnen lassen, also das funktioniert halt irgendwie anders. Glücklicherweise, ja, das ist halt natürlich Quatsch, aber man findet diese Geschichten immer wieder. Dann sind wir doch sehr erleichtert und wenn ihr demnächst auf einer Kreuzfahrt unterwegs seid, braucht ihr keine Angst haben, getroffen zu werden. Ja, damit sind wir am Ende unserer aktuellen Episode, bedanken uns natürlich wie immer bei euch für all die Unterstützung, die wir erfahren, sei es über PayPal, sei es über Patreon, sei es diejenigen, die uns per Direktüberweisung unterstützen oder all diejenigen, die uns irgendwas von unserer Wishlist zukommen lassen. Wir haben auch gerade wieder einige Stunden Produktionsqualität bekommen bei Orphonic, das ist der Service, mit dem wir unsere Folgen nochmal audio-technisch ein bisschen aufmöbeln, damit sie gut klingen für euch. Auch da hat jemand uns 25 Stunden geschenkt, das reicht dann wieder für ein bisschen. Und vielleicht abschließend, weil es ja Stimmen gibt, die sagen, ah, die Specials finde ich nicht so gut, die ihr da im Moment macht. Es gibt aber auch viele, die sie gut finden. Ja, ich will lieber normale Folgen hören oder Leute, die sagen, ich finde die Specials super, da soll es noch ganz viel von geben. Hier einfach nochmal der Hinweis, die Specials sind ein kostenfreier Bonus-Content, ein Angebot an euch. Wenn euch die nicht gefallen, dann hört sie euch einfach nicht an und lasst sie aus. Nach wie vor ist der Plan, dass es zwei ganz reguläre Xilla-Folgen pro Monat geben soll. Wir werden im Juli alles dran setzen, dass wir drei Folgen machen, um dann die Juni fehlende Folge auszugleichen. Aber im Grunde genommen bleibt die Sendefrequenz der normalen Folgen in Anführungsstrichen gleich. Und dann gibt es halt zusätzlich die Specials. Da sieht es derzeit so aus, als hätten wir noch einige Themen auf dem Plan, die wir besprechen können. Das geht noch ein bisschen weiter. In diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Gute. Bleibt uns gewogen. Bitte, bitte schreibt Kommentare zahlreich. Schickt uns Geschichten, Ideen für Sendungen. Da sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Auch wenn wir nicht jede Idee sofort umsetzen können oder manche Ideen dann auch nicht umsetzbar sind aus unserer Sicht. Das macht aber nichts. Das hilft uns ganz viel, eure kreativen Ideen zu bekommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.